Hallo, liebe Indie-Freunde, Indie-Fans, Indie-Fanatiker. Das ist Headlander und ich bin euer Mr.Wenn1974. So, wir gehen einfach mal auf. Nein, wir machen halt ein neues Spiel. Ich hab einfach nur mal reingeguckt. Mehr ist noch nicht passiert. Nehmen wir einen neuen Slot. So, nehm ich den mal für einen Headlander. Ach komm, ich kenn euch doch, ihr alten Genießer. Auf geht's. Das Ding wurde auch schon 95 mal gezeigt, deswegen ist es wahrscheinlich für euch jetzt auch nicht mehr so überraschend. Aber ich zeig's trotzdem. Solankofag. Und wie auch die Enterprise kommt das Ding von rechts. Denn auch im Weltraum gilt, rechts vor links. Schöne Farben. Noch schönere Farben. Schöne Farben. Schöne Farben. Schöne Farben. Schöne Farben. Schöne Farben. Schöne Farben. Ja. tolle zukunft deswegen tach guck mal das trio grüße grüße gehen raus mein kinder ja so kann man im kopf rumspielen abteilung da und lucia hat hier ist besser so mag ich meine kris So, dann kann man so ein bisschen rumballern. So sieht alles nicht mehr so gut aus, ne? Da kann man jetzt hier genau, ihr seht das, um die Ecke zielen. Ja, komm. Ah. Red Axis confirmed. Die Tür doch. Das sieht man nicht so. So, gehen wir mal durch. Ah, wie praktisch, dass der schon nach dem Körper wartet. Jetzt wisst ihr, warum das Headlander heißt. Oh, das stimmt. okay das war glaube ich nicht so gut aber dann nehmen wir den nächsten körper können ja wählen so ruhig bleiben ruhig durch so ruhig bleiben ist besser ja ich bin dabei danke auch nicht mehr so gesund da habe ich auch nicht vor ja 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 ist mal gut hier ich mag ich mal gar nicht ja 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 Okay, genau. Tschüss. Halt mal ab! Danke. Okay. So. So. Fire armed. Right. Ah. Ja 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 ja. Ruhig hier. Von ihm. Von der Perspektive habe ich nichts. Scheiße! Alter! Danke. Aber was geht denn hier ab? Das ist ein Idiot. Ja, ja. Da haben wir noch einen. Alter! So, danke. Und schnell wechseln. So. Okay, da scheint nicht gut zu sein, der Weg. Da kann ich auch nicht her. Ja? Hmm. Das hat mir auch ein Weg gemacht. Hmm. System Offline, ja, das weiß ich. Da komm ich nie hin. Ah, das machen wir jetzt so doch. Wofür können wir denn fliegen? So, jetzt haben wir einen totalen Metroid. Das ist gut. Da ist nix. Das ist ja unglaublich. Scheiße. Guck mal, da wird er schon nicht wieder durch, oder? Dann transformiere ich doch mal. So. Dann müssen wir auch jetzt hier weiterkommen. So. So. So, dann haben wir auch schon wieder den Körper. Es ist eigentlich, also es ist wirklich ein unglaublich kreativ guter Plattformer. Okay, jetzt geht es zur Sache. Ja, 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 ist gut. Okay. Schöpfe es ist nur irgendeiner hier stehen aber das schön schönen dank hier lebt keiner mehr es ist doch ja so unglaublich ich mag dich nicht einfach durch ach schloch sehr unglaublich da hat er mich schon dreimal wieder abgeknallt sausack die abmoderation flüchtig mal wieder ja das ist hertländer kommt der nächste mal ist denn hier los jetzt mag mich keiner mehr verstecken triffst nicht aschlauch ja ich bin euer mr1974 das war hat länder ich denke das ist richtig guter plattformer seht ihr auch so ein puzzle plattformer und da mal Laune das ist gut guckst du euch das mal an leites Ding ich bin euer mr1974 wenn ihr Spaß hattet abonnieren kommentiert mir werfen und dann sehen wir uns bald wieder bis dann tschüss tschüss